Ich habe euch ja jetzt schon einiges aus dem Hause Antor in Österreich vorgestellt. Wir hatten den Antornester, den Atlantis-Pluto-Hybridbogen, auch den ein oder anderen Pfeil schon vorgestellt. Da kommt es aber nochmal separat zum Thema Pfeile. Was Antor aber auch anbietet als Bogenhersteller sind Lederwaren und Zubehör. Da gibt es eine ziemliche Bandbreite an Gegenständen, Ausrüstungsgegenständen in erster Linie, die ihr dort findet. Wenn ihr also zum Beispiel dort einen Bogen oder ein paar Pfeile kauft, kann man auch direkt schon weiteres Zubehör mit aussuchen und hat dann alles aus einer Hand. Was es so im Groben gibt, möchte ich euch hier ganz kurz vorstellen. Die Produktlinks zu diesen Gegenständen gebe ich euch dann unten in der Videodescription-Box noch dazu. Legen wir mal los. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, wenn ich insbesondere draußen auf dem Parcours unterwegs bin, eine der wichtigsten Sachen, die man beachten sollte, ist hydriert zu bleiben, also Flüssigkeit aufzunehmen. Da bietet Antor an, um sich das an seinem Gürtel entsprechend dran zu machen. Zum Beispiel hier einen Lederflaschenhalter. Finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte. Gibt es in unterschiedlichen Farbgebungen. Man hat hier einen, entsprechend für die Gürtelschlaufe, einen Druckknopf, dass ich den Gürtel nicht ausziehen muss. Kann es einfach reinhängen, zuklippen, fertig. Und dann zum Beispiel so eine kleine 0,33er oder 0,5er PET-Wasserflasche reinmachen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Muss ich selber nochmal testen. Normal, wenn es eine längere Tour gibt, habe ich ja mal einen Trinkrucksack dabei. Kann man auch wärmstens empfehlen, sowas, wenn es an einen langen Tag geht. Ein weiterer Gegenstand, den habe ich auch hier und da schon in Videos gesehen. Wir sehen zum Beispiel auch bei Pink Archery und die Styron Archers heißt sie, glaube ich. Die beiden verfolge ich auch. Finde ich total goldig, die beiden Mädels, wie die ihre Videos machen. Mit Herzblut dabei und auch sehr attraktive Mädels. Das muss ich mal ganz klar dazu sagen. Ist der Gürtelbogenhalter. Und zwar gibt es die aus Leder. Das ist ein Metallhaken, der hier mit Leder überzogen ist in dem Moment. Wir haben eine Gürtelschlaube, das kommt an deinen Gürtel dran. Und dann kann ich in der Stützhand quasi oder da, wo ich ihn haben möchte, kann ich meinen Bogen mit dem Griff hier einhängen und habe dann mal beide Hände frei. Zum Beispiel beim Pfeile ziehen oder beim Rumlaufen, wenn ich einfach mal beide Hände benötige. Wie gesagt, gibt es hier in einer sehr, sehr schönen braunen Ledervariante. Gibt es auch hier in einer Nylon Cordura Variante mit Metallinlay und entsprechender Gürtelschlaufe Open Top. Gibt es aber auch hier mit einem Klett oben drüber, damit der Bogen eben auch nicht rausfallen kann, wird er hier durch dieses Klett entsprechend gehalten. Ist eine ganz nette Geschichte. Ich habe es mal probiert. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. So, dann gibt es natürlich auch Sachen wie Unterarmenschutz. Das ist natürlich so der Klassiker. Man kennt es ja, ich habe auch angefangen mit den üblichen Nylon mit Kunststoffstreben drin. Sind aber irgendwann mal auch unkomfortabel. Sie fangen vielleicht ein bisschen an zu kratzen oder wie auch immer. Und dann geht man halt schon irgendwann mal hin und sagt sich, ich nehme mir mal einen schönen Lederunterarmenschutz. Mein erster Unterarmlederschutz war jetzt nicht von Anthur, sondern den hatte ich im US-Inner Bogenschop geholt. Ist ein sehr schöner Unterarmenschutz, sage ich ganz, ganz ehrlich. Hat aber einen riesen Nachteil. Du kriegst das Ding nicht gescheit festgezogen, ohne dass es sich permanent wieder löst, weil hier eben keine Schließe dran ist. Das heißt, ich muss das Ding irgendwie verhaken, verknoten, stramm ziehen etc., damit es irgendwie hält. Dann löst sich das wieder ein bisschen. Dann muss ich wieder unterwegs nachjustieren. Finde ich suboptimal gelöst, obwohl es ein sehr, sehr schöner und vor allem nicht gerade günstiger Unterarmenschutz ist. Bei der Firma Anthur gibt es Unterarmenschützer. Die sind auch sehr, sehr schön. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen, den verwende ich aktuell primär. Hat innen eine Wildlederoberfläche, außen ein schönes Rindleder, wie es sich anfühlt. Und ich habe hier Gummizüge, Gummibänder mit entsprechender Kunststoffschließe. Das heißt, ich ziehe das Ding an und wenn es erforderlich ist, weil sich das vielleicht durch Bewegung etc. ein bisschen gelockert hat, ziehe ich einfach nur nach und fertig. Sitzt sehr angenehm, sehr komfortabel. Dieser Unterarmenschutz kann ich absolut wärmstens empfehlen. Weitere Unterarmenschütze wären dann hier. Das ist so ein bisschen mehr für den Traditionalisten da draußen von der Machart her aus dem Hause Anthur. Da müssen wir halt ein bisschen aufmachen. Da habe ich nämlich extra hier diese Gummischließen, diese Gummizier. Und dann kann ich das Ding ein bisschen aufmachen, kann das Ding entsprechend anziehen und festziehen. Hiermit kann ich es dann verzurren, also verkeilen, festsetzen und dann sitzt das Ding. Auch hier habe ich ein schönes hellbraunes Wildleder auf der Innenseite und ein sehr, sehr weiches Oberleder. Ist sehr edelgefertig, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die nächste Variante ist vergleichbar. Ebenfalls wieder braun innen, glatt aber und ein bisschen steifer. Nicht viel, nur ein bisschen auf der Oberfläche. Machart ist die gleiche, Konstruktion ist die gleiche. Auch hier wieder mit einem entsprechenden Gummizug-Klemmsystem mit dran, den ich so einstellen kann, wie ich es gerade letzten Endes für mich brauche. Das heißt, wir legen den hier mal ganz kurz an. Wir machen den ein bisschen auf. Dann schlupfen wir mal die Hand entsprechend rein. Klar muss ich mir den Gummizug irgendwie über meine Uhr ziehen. So, der sitzt so schon ziemlich schön eng. Ich ziehe die hier einfach ein bisschen stramm. Zähne den hier hoch in die Twellen rein. Zu gemacht. Und ich habe den Unterarmschutz entsprechend an. Und dann sitzt auch sehr schön, ist sehr angenehm. Wunderbares Teil, muss ich sagen. Das nächste, was wir dann zum Beispiel haben, das hatte ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Und zwar der Tippschutz von Antur aus Gummi. Diesen gibt es dann hier auch aus Leder gefertigt. Kommt oben drauf. Die Sehne kommt hier dann letzten Endes durch. Und vorne der Tipp, wo die Sehne letzten Endes fest bleibt. Also der untere Tipp bleibt schön geschützt. Und ich kann problemlos das Ding auf dem Boden mal abstellen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen feuchter im Wald entsprechend gerade ist. Ein weiterer Punkt. Hier scheiden sich natürlich ein bisschen die Geister von dem, was, ob man das jetzt verwenden will oder nicht. Oder ob man doch lieber einen Tab benutzt. Aber auch Antur bietet entsprechende Bogenschießhandschuhe an. Der hier ist zum Beispiel aus Känguruleder. Finde ich sehr, sehr schön für meine kleinen Patschehändchen in der Größe S bzw. M. Den verwende ich jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ist sehr, sehr angenehm. Ist sehr weich im Gefühl her. Ich werde aber auch nichtsdestotrotz mir irgendwann mal demnächst ein, ein oder zwei Fingertabs beschaffen. Und werde auch mal versuchen mit dem Tab zu schießen. Das ist aber ein persönliches Ding bei mir. Das ist nämlich etwas, was ich festgestellt habe, wenn ich den Schießhandschuh lange Zeit an der Hand habe, dass meine Haut ein bisschen austrocknet. Und da will ich gucken, ob das ein bisschen besser gelöst werden kann. Es gibt weitere Schießhandschuhe. Hier haben wir den Schießhandschuh Damir. Ist ebenfalls ein sehr schöner Lederschießhandschuh. Hier in Bicolor haben wir dann auch noch mal einen. Das ist der Dallas. Gibt es also auch in den unterschiedlichsten Handschuhgrößen. Einfach mal nachschauen. Ihr werdet auf jeden Fall bei der Firma Antor auch bei Zubehörsachen definitiv fündig werden. Wie gesagt, Links poste ich euch unten. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Zubehörsachen 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 Zubehörsachen